Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Beldam Kosmetik wird von internationalen Firmen speziell für Coop entwickelt und wird auch höchsten Ansprüche gerecht. Wenn Sie also Ihre Haut rund um die Uhr pflegen und schützen wollen, dann ist Beldam exklusiv das Richtige für Sie. Beldam exklusiv, die hochwertige Pflegekosmetiklinie mit ihren harmonisch aufeinander abgestimmten Produkten, enthalten wertvolle Wirkstoffe wie Kollagen und Feuchtigkeitsfaktoren, die der Haut ihre natürliche Geschmeidigkeit erhält. Auch Farben ohne Grenzen bietet Ihnen Beldam Kosmetik. Nach den eher dämpften Farben vom letzten Winter sieht man jetzt wieder leuchtintensive, leuchtende Töne. Und als Gegengewicht die ganze Palette von den Transparenten, von Perlmuth über Rosé zu Apricot und Sonnengel. Internationale Kosmetikhäuser haben für Beldam die transparente Farbidee in einer ganzen Reihe von Make-up-Produkten eingefangen. Und auch verschiedene Neuheiten gibt es wieder von Beldam. Ein Satin-Make-up mit Avocadoöl und Feuchtigkeitsspender. Eine wasserfeste Mascara, die nicht schmiert und auch nicht bröckelt. Oder Eye-Control, die dafür sorgt, dass der Lidschatten den ganzen Tag einwandfrei haftet. Und jetzt habe ich noch ein paar weitere aktuelle Mitteilungen. Modibewusste Herren finden jetzt bei Coop besonders günstige Hemper. Man kann wählen zwischen den verschiedenen Farben und aktuellen Dessens. Klasse-Fan, die haben sicher schon gemerkt, in den Coop-Restaurants gibt es jetzt wieder den Coop-Pass. Nehmen Sie den Coop-Pass bei jedem Besuch im Coop-Restaurant mit und lassen Sie ihn dann abstempeln. Jeder sechste Coop nach Ihrer Wahl, das wissen Sie ja, ist dann gratis. Und jetzt machen wir gleich weiter mit Süssam in unserem Coop-Rezept. Wir schalten um in die Studioküche. Heute möchte ich Ihnen zeigen, wie man in wenigen Minuten ein exklusives Dessert zubereiten kann. Kaffee-Mousse à l'Orange. Ein paar Löffel löslichen Kaffee im heissen Wasser auflösen. Eigel- und Puderzucker schaumig rühren. Den Kaffee dazu. Vanillezucker und Zimmetpulver. Noch einmal gut umrühren. Und dann im heissen Wasserbad so lange rühren, bis die Creme eindickt. Ausnehmen und lassen sich erkalten. Bis das soweit ist, können Sie ein bis zwei Orangen waschen, die Schalen abreiben und den Saft ausdrücken. Dieser Saft wird in den Kaffee-Mousse eingerügt. Zum Schluss halbgeschlagenen Rahmen unterziehen. Wir servieren den Kaffee-Mousse à l'Orange in Goup und streuen ein bisschen von der abgeriebenen Orangenschale drüber. Das Rezept steht in der Coop-Zeitung und ich kann es nur empfehlen. So, das wäre es wieder einmal gewesen. Wir danken, dass Sie für uns zicken konnten und wünschen Ihnen einen schönen Abend. Gerade anschließend zeigen wir Ihnen, was Sie von morgen an bei Goup wieder günstiger einkaufen können. Zum Anfang die aktuellen Preisschläger. Bei Goup gibt es jetzt Blumenkistchen Fulgurit asbestfrei 60 cm lang für nur 8 Franken. In allen Goup-Tutio-Self-Läden gibt es die Handlampen mit extrem starkem Lichtstrahl für nur 10 Franken. Bis am nächsten Dienstag gibt es bei Goup zwei Beutel Midi-Rösti fix fertig statt 84 für nur 83. Goup Salami Dippo Milano per Stuka 380 Gramm statt 10,25 nur 8,50 und geschnitten per 100 Gramm statt 2,70 nur 2,25. Goup Früchtequark, alle Sorten, ein Becher statt 95 nur 75 Graben. Zwei Liter Gewebveredler Tedidus Konzentrate statt 6,90 nur 4,90. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag Vollwäschmittel Tasch 3 statt 17,90 nur 13,90. Bananen per Kilo nur 2,50. Auf Wiedersehen!